Hallo und willkommen zu einem Video, wie unwürdig der BVB Wirki behandelt. Wirki war einer der besten Torhüter vom BVB. Ich mochte Wirki sehr gerne eben, weil ich mochte ihn einfach sehr gerne. Er war ein guter Typ eben und so weiter eben auch. Und er war dann immer ein bisschen weiter eben. In vielen Spielen hat er den BVB mit seinem Meisterberaten von Nielagen oder einem Sieg gesichert. Er hat immer alles für den BVB gegeben. Er war manchmal sogar bei manchen Spielen der beste Dortmunder Spieler auf dem Platz. Er blieb Dortmund immer treu und hat immer seinen Vertrag verlängert. Und wie dank Dortmund das BVB gar nicht. In der Saison 2021, wo es Dortmund ziemlich schlecht ging und man sich erst im Saisonschluss durch sieben Siege sich für die Champions League qualifizieren konnte, wurde er einfach aufs Abstellgleis gestellt. Obwohl auch Reus und Co. an der schlechten Saisonphase Schuld hatten. Obwohl Hitz nicht besser als er war, durfte er trotzdem nicht spielen. Selbst als er im DFB-Pokal und im letzten Bundesspieltag gegen Mainz gespielt hat, durfte er nur, weil Hitz verletzt war. Und am Saisonende will er in der BVB loswerden. Er wird sogar durch Grubel ersetzt. Dortmund will ihn einfach verkaufen, doch findet kein Käufer. So geht man mit einem Spieler, der alles für den BVB gegeben hat und ihm immer treu war und niemals wechseln wollte, nicht um. Das ist einfach unwürdig. Alles, was Bürki für diesen Verein getan hat, war für ihn einfach am Ende umsonst. Er wird einfach aufs Abstellgleis gestellt und der BVB will ihn einfach nur loswerden. Als ich diesen Text geschrieben habe, für das Video eben, musste ich sogar ein bisschen weinen, weil ich bin wirklich traurig darüber, was Dortmund mit Bürki gemacht hat. Weil er hat sich so viel für Dortmund getan. Er hat alles gegeben für Dortmund. Er ist geflogen für Dortmund. Er ist gekämpft für Dortmund. Und das wird ihm einfach so einfach und dann würdigt man ihm das so, indem man ihn komplett aufs Abstellgleis stellt und ihn gar nicht mehr spielen lässt. Ich bin einfach nur noch traurig darüber, wie Dortmund wirklich behandelt. Er wird mir eine Sache, er wird mir eine Ware behandelt, die man jetzt verkaufen muss. Er wird kaum noch erwähnt. Er wird gesagt, er ist ein Thema, aber in der Wirklichkeit, bei der BVB ihn nur loswerden, ist das Problem eben. Und das ist wirklich eine große Sache, die mich dem BVB anlänge. Deswegen ist es für mich ein großer Kritikpunkt an BVB, an BVB, an BVB, den ich habe eben. Das war mein Video, wie unwürdig Dortmund wirklich behandelt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.